Jo Leute und damit willkommen zurück, da sind wir wieder Amooo mit Zittos da sind wir wieder Da sind wir wieder Ja, wir haben wieder Die Standardeinstellungen sind, wenn wir das genau nehmen 54 Big Pack und der kleine Pack 27 Aber wir haben den zu Anfang gleich erhöht gehabt Wer, wäre richtig alles gewesen ich glaube das haben wir wirklich zu ganz anfang gemacht weil wir schon geguckt hatten ja weil wir kennen uns rucksäcke müssen bei uns immer so ich bin tot wir haben ja ist ja nicht ja und es ist nicht alles oben kommt mich ja früh mit so was brauche ich denn der gar nicht nur ab hier also bräuchten tun wird crossbar und sport dann haben wir genug essen gemacht noch naja relativ viel zack 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 ich verraschen jetzt einmal da ok immer noch mal bohnen zwar eine crossbar mach mal lieber dass ich ein bisschen mehr zu essen mitnehmen ein bisschen auf wanderung gehen wir wanderung wo waren denn die bohnen jetzt schon wieder hat die schocken bohnen sind glaube ich auf dem linken feld beans meinst du noch mal ne glaub ich auch bist grad hoch gekommen muss du gerade ich mache gerade hier schwert ich glaube hier auf dem feld wo die nacht gerade echt ganz gut wäre ja aber man kann bock dass irgend ein fisch kommt und sonst fällt in die luft ein modifier offen ist glaube ich eher gleich weniger ich meine so gerade so ein modifier ist offen ich glaube eher weniger da ist sie dann ich halte mal meine klappe mit meiner idee die ich eigentlich gerade hab ich sag dann nix ich bin ganz still warum du mit dem botanier ne was willst du denn damit ich hab mal ne ahnung brauchst du denn nicht dass du mal 64er stacks rauskriegst au das brauchst du denn nicht ja gut geht ja gar nicht ich hab schon 64er stacks aber dann hast du nur 16er stacks dafür ja und solange kein lager existiert argelig doch dann sind wir ja schon fast bei live in the woods sky man naja wenn wir gleich alle mozzi hinzwingen können gar nicht alle ne ja aber die meisten schon so chilis sind da noch drin so man kannste ein bisschen warten gut ich brauche auf jeden fall die nächste nacht die brauche ich definitiv egal was ist mhm die können wir nicht auswahl also ich muss köpfe haben sehr ruhig köpfe und enderperlen ich hab blutding drauf aber da brauchst du mich nochmal hau ich dich mit dem schwer kommst du nochmal wieder hau ich dich damit ja ich muss nur noch nchwert dicht machen ähm modifier wie noch ein offener ja ja Ich glaube wir haben das Level System hier gar nicht drauf. Ich weiß gar nicht wie das heißt bei Tinkers das Level System dazu. Ne das haben wir nicht ne? Ach das meinst du? Ich glaube das ist ein extra zu Tinkers Construct. Naja ist es auch. Aber welches? Das wäre echt geil zu wissen. Gibt es wahrscheinlich die Aufgaben dann ne? Hm? Wieso nicht? Das ist eigentlich schon ein interessanter geile Mod. Level. Schlecht wäre es ja nicht. Da kann ich mich schon mal um das kümmern. Das ist schon mal fertig. Das ist für später. Tinkers to leveling. Hab ihn schon. Ok. Ja muss ja nicht. Aber ich meine nur. Er ist schon interessant wenn du wieso schon ganz Zeit noch im Farm bist damit. 1, 2, 2. Also das ist doch falsch. Modding modding modding. Ähm. Iguana Stinker Speed. Ka. Kann sein. Welche Version? Wieder 1, 7, 10 ja. Genau das ist er dann. Hab nichts gemacht. Hab nichts rausgesucht ganz schnell. Schick mal Link. Ne? Schick doch gleich den Link. Wenn du schon hast. 20. März 2016. Das sollte funktionieren. Ja. Äh. Pippi Kacka. Pippi Kacka. Pippi Kacka. So jetzt würde ich erstmal die Chilis dich holen bitte. Und. Downloading. Ja. Ich will Schilis machen was endlich ab. Bale Papps. Hm. Heldenhaft. Ja. Ey. Ich hasse das Feld. Irgendwie langsam. Warum? Wenn nicht weißt du was ist. Wie wirst du den Schild da vorne hin machen? Hm? Nein. Das sieht scheiße aus. Ja. Das sieht kacka aus. Du kannst ja auch ein Schild vorne irgendwo da hinten. Keine Ahnung. Schreibst du da auf. Dann kannst du auch nur ein Schild hin machen. Machst du ein Schild hier. Dann schreibst du die ganze Reihe durch. Wie viele Felder sind das? Hm. Guck mal. Es passen vier Reihen auf ein Ding. Dann kannst du es da aufschreiben. Wird aber. Wird es nicht machen. Wenn du hier vorne ein Schild hin machst. Ja. Wird kein Schild hin machen. Nein. Oder nicht. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Bist du jetzt eigentlich den Backpack auf dem Rücken? Oh warte. Nope. Komisch. Macht nicht das Spiel. Hast du Optifine wieder runtergeschmissen? Ne Optifine ist dropp. Okay. Hm. Wie ich mir gedacht habe. Wird es so. Oh. Hm. Genau. Okay. Müssen wir da aufwarten. Ist ja kein Problem. Was brauchen wir denn gleich noch? So. Das war leer. Okay. Und damit schon ein Atax-Deal. Ist klar. Maybe. Nein. Atax-Deal. Ich auch noch rein. Ein. Zwei davon. Zwei davon. Zwei davon. Zwei davon. Zwei davon. Zwei davon. Dich kann ich nicht so wegschmeißen sollen. In der Augen sollen nicht. Zwei. 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 Der mich gerade fleißig. Shitty. Ja. Hast du Chili essen, oder? Ja. Plastikcheats sind draußen, brauche ich nicht. Obsidian, Coalpowder, geht schon anders hin. Oh, no. What? Coalpowder... Okay. ich bin rein kann er weiter arbeiten was brauchen wir noch dafür Eisen und Obsidian ist kein Problem existiert so dann würde das reichen die Menge kann das halt weg Obsidian 1,2,3, 1,2,3 normale Schere Dankeschön Eisen, Obsidian und Schere Silicon Silicon Valley Ich wohne nicht, wohne nicht, wohne nicht gerade Sticks Jetzt will ich den Keller latschen Keller Eisen holen Nein, Gott sei Dank gibt es noch eine Essenskiste hier Ja, bei dir da Weil die behindert noch Food Long Essen und sowas Hamburger hat die auch noch, Chili Aber das ist echt Reserve hier oben Absolute Ja, aber ich brauche halt für Unterwegsers richtig viel Deswegen ist das halt wie gesagt für mich halt immer die absolute Reserve, wenn ja nichts kommt Und versuche ich auch halt möglichst schnell das hinzustellen Elektrum Steel, alles klar Da Silicon, okay haben wir Was würdest du davon halten, dass das uns ein bisschen belebter ist? Meinst du das mit Villagers oder was? Nö, mit mehr Tieren Meinst du mal creatures oder das? Ja Warum nicht? Ja, man muss natürlich alles auch stellen können, ne? Ja Ja Das ist Mob Spawn Control 2 Mhm Mir egal Dann würd ich den Custom Spawner Mal Screechers Und Den Mob Spawner Control 2 mit drauf bauen Ja, wieso nicht? Ja, weil So ist das Blöd Paar Fische Voll ab und zu mal ein Tintenfisch der verreckt Ja, klar Ne, ne, das heißt doch noch nicht Ganz seltene Schafe So hast du dann, ja gut, Haie im Wasser und Sonne Aber so hast du dann Bären, Elefanten und was weiß ich rumrennen Ein bisschen Ja gut Dann kann ich das echt mal machen, dass ich das Ding auf Curse alles fertig mach Was wird den dann nutzen dafür Muss ich wieder Curse starten Ja Da hab ich gestern ja auch schon von geredet Na? War das so, ah ah Ja, aber Muss dann, ich mach erstmal, dass das doch dann läuft Mach erstmal Mach erstmal, mach erstmal Dann können wir weitersehen So Jetzt ist meine Zeit angebrochen, mal paar Monster zu klatschen Wie sieht denn meine Rüstung aus da? Die sieht Außer der Kopf ist alles noch dran Weil dann können wir das Pack nämlich selbst updaten Und müssen nicht warten, bis da was Neues reinkommt Und wenn die was Neues dazu macht oder so Man kann ja die Patchen auslesen Und dann wird das einfach mit hinzugefügt Kann man ja machen Ist halt kein Problem Mhm So mein Freund, mit dir fang ich da als erstes hin an Gut, der Level Mod für Tinkers Die beiden Dinger Also die drei Dinger noch dazu Und nochmal vier Stück So Essen Zack, rein damit Rein damit Rein damit Okay Ja Fast Drei rein voll Mit Schienen Mit Achso gut Benutzen wird dir jetzt mal rein Ja Waffe bauen Jetzt haben wir da nach vorne eine Witch Warte mal Jetzt haben wir da nach vorne eine Witch Warte mal Oh, es ist dunkel Ah, nicht schlafen gehen Ne, will ich ja nicht Da ist eine Witch Ich habe keine Waffe Soul Nein, 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 nein Nicht machen, nicht machen Wir müssen die einfangen am besten Ich habe gesagt, da ist eine Witch und ich habe keine Waffe Ja, sehr klar Aber ich nur wieder sage Ah, scheiße, die können wir später anfangen Ich habe das Material nicht dafür Bin schon wieder unten Ja, wir haben ja nicht kein Ende Das ist das Problem Das hier haben wir irgendwo eine Kiste Ehh, welches Buch war das? Ich glaube, das ist Vorhutte Vorhutte Okay, two word password. Das Ding. das ist die form für sportblät haben wir noch gar nicht doch ist da drin nicht in der schmelze in der wettbewerden ja repartier mein gott weil er mit dem repartier kannst du den scheiß creeper nämlich ausweichen wenn du nämlich rechts gegen was kann ich mir nicht auch gerade bauen